Hallo, mein Name ist Lucia Hekhoff. Ich nehme seit ein paar Monaten dieses Produkt Atrevo Plus und ich bin sehr zufrieden damit. Seitdem ich das nehme, mein Zittern hat sich sehr stark verbessert. Dieses Produkt nehme ich zusammen mit Ahronsirup und Dickmilch, weil es mir sehr gut schmeckt. Ich habe Probleme mit Kapseln zu schlucken, deswegen schätze ich Ihre Entscheidung, dieses Produkt in diese Form zu verkaufen. Dieses Produkt ist wirklich empfehlenswert. Vielen Dank und wünsche ich Ihnen einen schönen Tag.